So, im heutigen Video geht es um Süßigkeiten. Diesmal habe ich mir was bei lebensmittelsonderposten.de bestellt. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen, also kurz drauf gucken. Nichts wichtiges, weiter geht's. Das sind Karamag Giant Buttons. Karamag ist ja ziemlich geil, ist ja von Nestle. Okay, das ist für England hergestellt, scheinbar. Ja, das ist für England hergestellt. Habe ich hier auch im Laden noch nie gesehen. Jetzt wollen wir mal reingucken, wie die Dinger aussehen. So sehen die aus, einfach nur. Karamag Button. Hm, traumhaft, meine Hunde haben auch Hunger. Aber Karamag in Buttonform. Warum gibt es sowas Gutes hier nicht? Hm, ich weiß nicht, was ich für die Dinger bezahlt habe. Die sind so am Ende ihres Haltbarkeitsdatums, glaube ich, angekommen. Aber die schmecken wirklich, wirklich richtig genial. Hm, ich liebe Karamag. Kann ich jedem, der auf Karamag steht, nur empfehlen. Müsst ihr einfach mal auf die Internetseite gehen, die werde ich auch noch verlinken. Weil, äh, die sind wirklich, wirklich richtig gut. Wie viel Gramm sind das? 110 Gramm. Wird mich, äh, die sind richtig nice. So. Ich werde noch ein paar mehr Videos posten. Äh, ich habe da noch ein paar andere Sachen bestellt. Guckt einfach in meinen Kanal. Abonniert mich. Ja, Hund, ist alles gut. Hm. Oder, gebt mir einen Daumen hoch oder runter. Alles cool. Bis denn dann. Tschaui. 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 Tschaui.